Was machst du immer, wenn du ein bisschen gefrustet bist? Ja... Ich habe gerade sprinten auf das Schiff. Falsches Spiel. Jetzt ist es genau andersrum bei mir. Schleichen auf dem Schiff. Also einer von euch beiden, der muss so rüber gehen. Ah, jetzt kannst du wieder. Nein! So ein Wichser. Ich bin schon da unten. Oh nein, 73 hätten wir jetzt. Toll, dass alle anderen campen, ey. Und ich mit einer Glock. Ich betone. Nur mit einer Glock. Links neben der Tür ist einer. Wow. Ich hatte nicht mal eine Rüstung. Ich habe mich fast getötet. Steckert ja auch noch frei. Ah. Was ist denn der Spruch von Kick eigentlich? Ähm. Kick. Der Textildiscount. Also sonst nix. Gibt es da einen Spruch noch irgendwie? Weiß nicht. Die war so. Perfekt. 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 Alter, die sterben hier schon alle. Zwei sind gestoppt. Bange. Drei. Vier. Au. Ho. Das war der wo해. Häää, tschau. Du ist ja letzte mit? Oder ist ja sowas? Ali. Naja, aber trotzdem, keine Chance. Das war ne schöne Teamflash. Hat er fein gemacht. Und rennt da durch und noch lauter. Man, ich sehe ihn und schieß voll daneben. Ah, die müsste ich haben. What? 85 in 3. Und 1 in 1 habe ich irgendwie gegeben. 1 in 3? 1 in 1! Boah, was? Tüchst du ja noch. Kack. Wollte ich eigentlich vorhin auch machen, mir das mal aufzuziehen. Ja, ist lustig. Weil ich habe mir Pokémon Mystery Dungeon geholt. Was ist das denn? Keine Ahnung. Ist irgendwie so ein Pokémon Adventure für ein Game Boy Advance. Also da steuerst du ja nicht so einen Menschen, sondern da steuerst du Pokémon und läufst dann durch die Gegend. Ja, herrisch. Okay, der流be möchte ich nicht mehr gehen. Ich nehme' die Mission, ich nehme mal. Die Bewegung von Karmannseigner an mir vorst. Oh. Einschutze. Nö. Wenn du da weg bist, würdest du da weg. Oh, der Wache. Oh, der Wache. Oh, die Nuke-Team hier, ey. Drei Leute haben 05 und 06. Aber ich mache jedes Mal mindestens einen Cripp. Ne, weiß ich nicht. Jetzt bist du tot. Ja. Ich wusste, dass du gerade bist. Eine getroffen. Oh. Was ist denn da? Von euch aber auch. Ah! Oh, den geht zum Frisur, ja. Oh. Bisschen Woll ab. Schöne Glatze. Oh, ja. Nein, ganz so viel. Oh, okay. Oh, schade. Oh, die Terroristen gewinnen. Ah. All right. Let's move out. Oh, genau. Ja, ich stand so weit vorne wie möglich bei uns. Und trotzdem war unten in der Garage schon jemand an der lange Treppe. Gut. Aufmerksamkeit! Teamkiller! Warte doch mal zu! Wie viel Sprung sind sie denn schon? Auch ein bisschen andere. Gibt ja aber scheinbar auch. Bist du das nicht? Irren ist krank. Ach du lebst noch? Ja ich lebe noch. Klo, sehr. Einer. Die anderen sind beide T-Spawn. Wollen die Geiseln schon? Nein, noch nicht. Keiner holt die Geiseln. Einer ist Klo, einer ist Abstellkammer und geht jetzt Richtung Garagenfenster. Der andere ist langer Gang. Beide langer Gang schießen sich gegenseitig an. Wieder in Klo, kommt deine Richtung raus. Nein, wieder rein, wieder raus. Und der letzte ist, kommt jetzt langer Gang hinten. Und der letzte ist, kommt jetzt langer Gang hinten. Hinten, guckt Richtung Klo, also guckt Richtung Klo. Hinten, guckt Richtung Klo. Hat ein Messer? Nein, doch nicht. Jetzt holt er die Geiseln hinten. Bringt über den Tresen. Projektorraum. Terroristen gewinnen. Gut, Abstellkammer. Gut, Abstellkammer. Jetzt zappel ich ihn nicht so rum. Hä, wieso konnte ich mir denn gerade zwei Granaten kaufen? Haha. Ja, weil ich habe, ich habe außerdem zwei Tasten getroffen, eigentlich gerade. Da hat er auch zwei Granaten-Wertriff gekauft. Ja, aber wir gehen gerade Gaara durch. Ich und Epic. Wer ist auch bei uns? Oh man. Ähm, ob es ist noch einer, wenn ich mit dem da komme. Ja. Keiner. Sniperstellung ist glaube ich auch noch eine. Hm, na. Doch. Hä? Na großen? Warum? Hm. Terroristen gewinnen. Hm. Alle, alle. Komm, bist du in diesem Team hier mal so, haben wir die Kills, ey. Sonst wurden wir die Kills ja da weggenommen. Haha. Aua. Wow. Oh, trotzdem reden. Und noch vier. Erstmal. Ein Bierchen zischen. Ein Bierchen zischen. Oh, war das stressig heute. Oh. 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 Was hat er Statik noch gehabt? 16 bis 17, 30. Oh. Rapper Stahl, warum haben wir stressige Seminar? Hm. Das ist voll durchgezogen. Oh. Ist er stressig? Anstrengend? Ja. Ja. Dann saß die eine neben mir, hat immer ständig Fragen gestellt. Oh. Ich bin selbst kaum mitgekommen, weißt du. Dann stelle ich auch noch Fragen. Haha. Was weiß ich denn, Alter? Ja, schön. Ich schieß mich an. Oh, jetzt kann mich ein M4 Headshot sofort töten. Haha. Och. Gut schon. So. So. Stellt mir alle. Kleine Treppe immer noch. Ich hab ihn einmal getroffen. Na ja. Holt ihn euch. Haha. Wo ist denn der Rest? Gara bestimmt. Muss ja. Ich hab ihn in der Hau. Ja, Gara Fenster. Aber hinten Gara ist bestimmt auch einer wieder in der Sniperstellung. Nee egal. Boah. Ups. Gara Fenster. Office draußen. Und Office unten. Boah. Es waren zwei hier hinten. Ah. Oh. Tolle Flash. Bist du das hier? Ja. Beim Office. Keine Treppe jetzt. Das ist ja schlecht. Auch dein Skill. Ja. Du lebst schon noch. Ja. Da war einer. In der großen Sniper draußen. Jetzt noch einer. Ist aber unten. Also. Schnee. Kommt. Aber er ist tot. Hm. Da war sie. Fenster. Langer Gang. Oh Gott. Langer Gang. Oh Gott. Ich weiß wie ich blind. Also drei sind in der Garage. Sind alle in der Garage. Sind alle in der Garage. Alle aufm Haufen. Lange Treppe da unten irgendwo. Schießen sich hier ab irgendwie. Einer geht zurück. Guckt zurück. Geht zurück. Oh er brennt jetzt. Jawoll. Andere. Lange Treppe oben. In deine Richtung. Ist immer noch oben. Weiß nicht was er machen soll. Ich warte mal. Jetzt wird gleich vorbei. Jo. Er kommt runter gekrochen. Jetzt rüpft er. Das ist weg.